Hallo Leute und herzlich willkommen zurück an der neuen Runde CSGO. Ich bin immer noch scheiße, das ist Peter, das ist Zarge und wir spielen gegen Bots. Wow, die sind alle gegen 5 Bots. Ja Mars, du hast es kapiert. Mensch. Mensch, ist aber früh gescheckt. Das ist ja gut. Ja, gut. Warten wir vielleicht mal wieder als Gingertick, ne? Das sage wir. Ich will dich haben, Baby. Wo darf ich eigentlich hin? Oh mein Gott. Was? Wir lassen uns von den Bots holen. Ich bin voll reingelaufen. Ich kenne die Map nicht. Ach, Marcy. Marcy wird getötet. You can say how the world goes. Auf zu singen. Ich singe wie ich will, bis ich rausgekickt werde. Warum kriegen wir nur so scheiß Bots rein, Alter? Spielt den keiner mehr um 22 Uhr. Ey Dani, mach mal, mach mal ein bisschen Werbung für mich. Ich hab auf meinem Kanal einen Giveaway. Nein, nein, nein. Oh. Leute, Zarge und Peter haben auch einen Kanal. Schaut vorbei. Link, Beschreibung und so. Nein, nein. Nur, nur, du sollst Werbung für meinen Giveaway machen. Ich hab einen Giveaway für meinen Kanal. Ach so, Zarge hat einen Giveaway. Was, was gibst du im Deck? Hä? Ist das denn? Ich? Ja, Zarge hat einen Giveaway. Ja, es ist eigentlich ein Giveaway. 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 Ja, was ist beim Giveaway? Was gibst du so? Was gibst du so? Ja, alles. Alles. Zeige Giveaway deinen ganzen Hausrat momentan. Ich weiß, ich hab's gesehen. Jetzt liebe ich ihn nicht mehr. Oh, du liebst mich. Nee. Ich lieb dich ja einfach nicht. Deswegen brauchst du mich jetzt auch nicht mehr lieben. Ey, die Map ist richtig cool. Also, ich seh die grad so zum ersten Mal. Ich find die grad richtig cool irgendwie. Wow! Anni? Hi, ich bin ein Team-Member. Ja, danke. Mich brauchen du nicht töten. Du hast mich erschreckt. Ich dachte es. Nein, Zarge. Machen wir mal nicht, okay? Okay. Oh, jetzt schauen noch mal Leute hier rein. Wuuu! Leute! Menschen, 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 Menschen. Wir haben Menschen. Wir haben Menschen. Danni. Oh, nein! Zarge kann ich doch zu dir ins Team. Nein! Ja, kannst du noch. Einmal bist du noch voll. Wehe, ich weine. Du überleg grad ernsthaft daran. Nein, Hau! Wenn ich jetzt sterben soll, dann ja. Oh nein, wehe! Peter! 19 AP. Ich hab Zarge gekillt! Was?! Alter! Ja, ich hab dich doch gekillt, oder? Warte, ich hab den Kerl bekommen. Ja, hast du. Wuuu! Danni! Ich kann nicht Team wechseln! Oh, wehe! Bitte, Peter! Hör auf! Ey! Was ist denn so scheiße, wenn ihr beide jetzt gegen mich? Na geil! Das ist so unfair! Wie hat noch keiner von euch den Bot nimmt, Alter? Da war ich dann versuch, das Team zu wechseln. Nein! Wehe! Oh, Peter! Hey! Bist du doch gemein! Ach, der eh nicht! Zarge, du kannst bei uns doch rein! Wir haben Bot noch! Komm! Ja, schon! Ja, mach ich gleich noch! Ja, wenn du mich tötest! Yeah! Zarge, komm zu uns! Lebt ihr auch seine wunderschöne Lache? Oh, Blätterate! Ich hasse euch, Wichser! Ja, ich liebe diese Lache! Die Lache ist die wunderschönste Lache, die es gibt! Oder Zarge? Ja, Zarge ist die beste Lache der Welt, oder? Peter und Zarge, die beiden Menschen mit dem blödesten Lachen vereint! Obwohl Peters noch recht charmant ist! Dani, nein! Ja, Dani, nicht nein! Nein, nicht sterben! Tot! Nice! Scheiße! Zarge, komm hier zu uns! Junge! Ja, bin ich doch! Achso, alles gut! Oh, ich bin der Mensch mit dem schlechtesten... Was denn? Nicht! Was lachst du, wieso noch kommt? Traitor, Zarge! Ja? Oh, Peter! Sie sagt überhaupt nicht, wieso das möglich ist, das Traitor! Deswegen hab ich doch eben auch so gelacht! Als ob du das nicht mitbekommen hast, Dani! Er hat sich auch nicht mitbekommen! Er hat sich auch nicht mitbekommen! Er hat sich auch nicht mitbekommen! Er hat sich einfach rüber! Ich bin grad echt traurig und enttäuscht! Er kann doch wieder rüber! Ah, ne, ist ja nur ein Teamwechsel da drauf! Ich bleibe! Ich bleibe! Scheiße! Der ist ein bisschen gescheitert! Das war so fucking knapp! Ich hab nur ein Prozent oder so gebraucht! Das war so knapp! Peter, verweist du grad meine Leiche? Peter! Geh von meiner Leiche runter! Hey, Leute! Warte, jemand grad die... Nee, die von mir lebt! Die Bombe läuft! Yes, sie war fucked by him! Yes? Was? Ja, die kenn dich hier in meinem Team, die Leute! Genau, genau, genau! Oh, 22! Können mich mal! Ciao! Wiedersehen! Wir sehen uns später! Tschüss! Danni ist ein Feigling, aber sie weiß es wenigstens! Sage, das wär jetzt etwas von überhaupt nicht nett! Ich würde gerne Headshots machen! Fuck you! Wer hat mich gekillt! Der K-Trap! Na gut! Mein Bro! Boah, ist das ein Arschloch! K-Trap! You are the best! You can say! Sie haben die Bombe! Könnt ihr mir auch mal! Diese scheiß Bombe! I'm sorry! Dani has bombed! Dani has been bombed! Ja, ich bombe dich gleich! What?! Oh mein Gott, ich hasse diese scheiß Nova! Die Nova ist echt schwul! Man! Nova ist richtig schwul, Alter! Also nix gegen Schwule, aber... Nix gegen Schwule, aber Nix gegen Schwule! Nix gegen Schwule, aber Nix gegen Schwule! Oh fuck you! Ich sterbe hier immer! Oh, Clutch is real! Clutch is real! Ah, es gibt noch einen Bot, ne? Oh, easy Clutch! Gott! Easy! Easy! Oh, besser, komm rüber, Mensch! Ja, besser, komm rüber, Mensch! Ja, besser, mit dem Boss, vier Klicks zu machen! Weil Zage den Bot übernommen hat! Er ist cool! Ja, aber man kann einen Bot übernehmen! Was steht da sogar, wenn du den Bot übernimmst? Wenn man stirbt, kann man einen Bot übernehmen! Das weiß selbst ich! Das weiß jetzt! Das weiß selbst Dani, Alter! Wie geht das? Alter, ist der... Wenn du tot bist und auf den Bot gehst, kannst du eh klicken! Wenn du tot bist und auf den Bot gehst, kannst du eh klicken! Der verdient's nicht, den Bot! Nein, das war toll, jetzt nimmt er mir den Bot jetzt! Er verdient den Scheiß-Bot nicht! Toll! Morgen mit dem Bot bin ich viel besser! Ich glaub, ich sollte mich hier auch Botzeige auf Steam nennen! Ja, genau, die kann man! Okay! Hä? Ich hab doch... Dani, du Scheiße! Jetzt lass mich diese Scheiß-Bombe bitte legen! Oh, Mann! Ich wusste, das... Das ist doch so ne Verarsch! Ich hab mit Ansage dann gestört! Das ist doch so ne Verarsch! Ich hab die Scheiß-Bombe! Ey, ich mag das Spiel nicht! Bestes Spiel EU, oder? Wer, mir gibt jemand nochmal einmal diese Scheiß-Bombe! Dani, jetzt Bombe! Du bist doch die verschessenste Schlappe! Keiner liebt denjenigen, der die Bombe hat! Ja, ich hab ja nicht einen Kill mit der Nova! Wir haben kein Bot mehr! Wer hat keinen Bot mehr? Ja, wir haben keinen Bot mehr, warum? Ich weiß nicht, ob das Schlampen rauskommt! Bist du ne Schlampe? Du bist ne Schlampe! SCHLAMPE! Hallo? Ich sehe dich! Ich treffe dich nur nicht! Haben wir gesehen? Ich muss nachwarten! Luger! Schlüber, Schlüber, Schlüber! Ich seh schon die Kommentare so... Boah Dani, so schlecht wie du kann doch keiner sein! Doch! Sie! Doch! Ich! Es gibt auch noch schlechtere Leute! Ja, Mann! Zum Beispiel Erich Schwind! Der grad reingekommen ist! Der hier! Der ist bestimmt noch schüchter als Dani! Ich hab grad jemanden die Bombe zugehoben, ich hatte keinen Bock mehr drauf! Oh mein Gott! Das regt mich voll auf, dass ich keinen Bock mehr nehmen kann! Das regt mich voll auf, dass ich singe! Das regt mich voll auf, dass ich singe! Oder... Er ist einfach nur gut! Ich krieg schon zu viel! Nee! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das heißt, ich bin der Schlechteste in meinem Team! Wieso sollte man hier rauswählen? F1! 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 Ich hasse es! Ich hasse es, wenn Leute rausgeworfen werden! Ich bin auch schlecht! Dann bin ich dir ja die Schlechteste! Der war der Schlechteste! Der war... Achso, da ist Peter drü- Ne, da ist nicht drin! Nein, wie soll ich kommen? Weil... Ich bin im Siegerteam! Weil... Du hast es lieb! Du magst uns! Ja, ja, ja! Das ist doch ne Missgeburt! Du bist es! Hey, Dani lebt ja noch! Nein! Hey, Dani lebt ja noch! Dich annast! Wüsste ich von... Dani, die Pläten! Bitte! Danke, Peter! Peda ist voll der Verräter, Alter! Peda ist so ne richtige Kameranschmerung! Letztes Spiel! Zarge! Du bist so der Verräter, du lässt mich einfach mit Zarge allein! Mit Zarge! Mit Zarge! Wer soll das jetzt heißen? Mit Zarge! Ich von Team... Nein, ich hab dich lieb, Zarge! Ja, genau! Ach, hören aufzufeuern, du kleine Missets! Fehl noch einen... Auf! Besitz! Och, Mann! Ich bin so mies! Und ich muss Pepe! Klatsch-Time! Och, Mann! War das easy, Leute! Easy! Haha! Yooo! 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 Wahrscheinlich! Oh, Dani! Hast du mir zugeguckt? Ich hab grad drei Leute gekillt und... Nein, Mann, Schatz, Mann! ...und Peter war noch am Leben, der ist so schlecht! Haha! Ich hab dir nicht zugesehen, nein, nein! Nein! Ach, wirklich nicht! Tut mir leid! Ich war gerade so ein bisschen in der Weltgeschichte rumfliegen, weißt du... Du bist Fly! Du bist erst da mit uns, wenn du Fly mit uns bist! Zwischenwoll... Oh, oh! Diese Mizzet! Da Bruno nimmt den Bot! Ja, ein Bot! Der darf auf 3-12! Why you tanked Bob... ...ähm... Bob! Why are you tanking Bob? Guys, I love you all! Don't take the Bot! You are bad! Der Bruno ist auch... ...deutsch, ne? Einfach so! Der ist auch deutsch, Junge! Er ist alle deutsch! Abonniert Zaga auf YouTube! Zaga? Abonniert DaniLP auf YouTube! Ich bin eine Wege! Abonniert pn-95 auf YouTube! Nein! Nein, der ist uncool! Abonniert alle DaniLP! Hallo Dani! Hallo Dani! Was? Er mag Dagi Bee? Wer mag Dagi Bee?! Wer mag Dagi Bee?! Dagi Bee?! Geil! Er hat gesagt, er mag Dagi Bee, glaub ich! Dagi Bee ist bester YouTuber, sure! Ja, ey! Das ist meine Traumfrau! Mein Ido! Bibi ist besser! Bibi hat heut Geburtstag! Happy Birthday to Bibi! Nein! Ich hatte gestern! Wow! Alles gute Nacht täglich! Mensch! Dankeschön! Weißt du was das Geilste an CSCO ist? Man wird nicht für Erwerbungen gebannen, wenn man seinen Kanal reinschreibt, ja? Achso! Ich meine, auf so Minecraft-Servern wird man gebannt, ja? Ohne Witz! Verstehe ich gar nicht, ja klar! Ich weiß nicht! Endlich mal so eine Misse gekillt, Mann! Eda, nein, hör auf! Mann! Wir wollen die Aufnahme doch an die Länge ziehen! Nein, wollen wir nicht! Doch! Oh mein Gott, du! Hurensohn! Ich hasse Menschen! Oh, easy-Klatsch! Los, Tage! Go, go! Power! Target! Ranger! Ey, ich hab jetzt schon zwei Geholt, der andere kann auch mal was machen! Nee! Kann er nicht! Easy-Klatsch! Du schaffst das! Du schaffst das! Du schaffst das! Du schaffst das! Wuh! Zagat ist der Beste! Wir haben ihn lieb! Wir haben ihn lieb! Kannst du sein, dass du nur 36.000 Abonnenten hast? Bist du das? Er hat nachgeguckt! Hey! Nein, Zagat, 100 irgendwas! Und was? Ich hab 500 irgendwas! Danke, wie lange du schon nicht mal auf meinem Kanal warst! Und auch hier! Mies! Und außerdem hab ich 100 schon seit 2014 oder so! Danke, wie lange du schon nicht mal auf meinem Kanal warst! Tut mal leid! Heiß-Fallschaden! Peter, Beste! Ich bin so mies! Schau dir meine KD an, Leute! So mies! Ich bin schlecht! Ich bin schlecht! So schlecht! Ich bin schlecht! Oh Mann! Also wie viele Abonnenten hast du, Dani? Ja, du könntest dich jetzt schon mal verabschieden von der Aufnahme! Wieso? Weil ich das nicht mehr holen werde! Mal auf meine AP geguckt! Mal auf meine AP geguckt, Dani! 36.000! Wow! Oh Baby! Schwibble! Oh! Ich hab alles! Yeah! Okay! Alter, ne, es wird leider nichts! Okay! Okay! Tschüss! Aufnahme! Tschüss! Tschüss! Aufnahme! Oh mein Gott! Ich hab das echt noch geholt, Alter! Ich hab einfach viel Kills oder so gemacht, Mann! Tage! Easy! Alter! Easy Klatsch, Guys! Easy! Du weißt! Easy! Du weißt! Wir müssen nur 5 Mal hintereinander gewinnen und alles ist gut! 2 Mal? Nein, 4 Mal! 5 Mal? Es gibt keine 5 Mal! 4 Runden ist vorbei! Achso, scheiße! 4 Mal! Ah, alles klar! Achso! Okay, Trip ist 8 hier! Alles 8 Jahre alt! Morgen, Nova! Wir haben's schon verloren, Dani! Schreib schon mal Gigi in den Chat! Zack! Gigi! Da ist ich den Bot! Huiiii! Okay, Dani, das kleine Krokodil! Ich töte niemanden, doch das ist mal mein Ziel! Okay, Dani! Zuerst war ich in einem Ei! Rechts! Genau da! Da schraulte der Typ mich gleich auf! Dani, beeil dich! Dani, nicht defuse! Was machst du denn? Ich dachte, der andere kann den mal killen! Es tut mir leid! Erst ist die Bombe nicht! Erst ist die Bombe nicht! Erst ist die Bombe nicht! Da! Da! Ja! 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 Oh mein Gott, mein Herz! Als ob der das geholt hat! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir können keinen Bot mehr nehmen, aber wir haben verloren! Wir haben noch mal Gigi in den Chat! Zeige, du musst nicht ein Leben übernehmen! Ein Leben muss dir reichen! Ne, es tut mir leid! Ich habe eine Nova und wir haben keinen Bot mehr! Ich kann keinen Bot mehr nehmen! Das tut mir echt jetzt leid, Dani! Du kannst jetzt schon mal GG in den Chat schreiben! Du musst das schaffen! Geldgeil ist GG! Das ist mein GG! Halt die Fresse! Aber ich bin Geldgeil! Ja, das wirst du! I got YouTube Money! Ich habe eingeltet und eingetötet! Also, mehr konnte ich jetzt mit Tanova nicht machen! Ja! Sieht jetzt alles an dir, Dani! Ja! Also, bye bye! Du musst jetzt drei Leute... Der ist tot! Ja! Ich weiß, dass der tot ist! Glaub nach! Du musst drei Leute noch töten! Dani! Peter, nicht töten! Dann muss die Aufnahmen die Länge ziehen! Und hinter dir ist einer! Ich werde sterben! Ich werde sterben! Hinter mir war einer! Oh, Peter! Du bist so ein Noob! Ey! Ich würde sagen! Super, aber Peter! Super, aber Peter! Ja! Oder haten! Wuuu! Peter! Haten, haten, haten! Ohne wird's haten!